16. März 2019 22 Uhr 21 Skifreestylerin K.E.A. Kühnel hat in Kanada das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erreicht. K.E.A. Kühnel hat in Kanada das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere verbucht. 16. Die Skifreestylerin belegte im Big Air von Quebec Rang 2. Für die 28-Jährige vom SC Bremerhaven waren bislang zwei dritte Plätze die besten Ergebnisse gewesen. 16. Beim Big Air springen die Sportlerinnen über eine große Rampe und bekommen Punkte für ihre Tricks in der Luft und eine saubere Landung. 16. Die Skifreestylerin